Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ist aber frei genug, läuft frei genug Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt aber Und ohne GPS? Mit GPS Mit GPS, gut Regler 29 Grad Hast du ausgefahren jetzt? Noch eine Bahn oder feiern? Und Oh, ich bin ja Oh 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 Ja, es ist Gut Wieso denn? Ich will doch das GPS sehen Ich habe die dicken Zellen auch dabei 2 Paar Hattest du gesagt, dass du umänderst auf 8 oder so? Oder hast du jetzt immer noch 6 dran? Ich habe jetzt 8 Höhen Ja gut, komm, dann fahre ich gar nicht die Chucky Dann pack die da rein, wenn das Boot dicht ist Kann ich mir da sparen Kann ich mir da sparen Dann lass ich das gleich bleiben So Soll ich das lesen mit anlegen? Ja, selbstverständlich Ja, selbstverständlich Das ist Unser Hobby ist Doch Besser wie Mopes und Quad, nein, weiß ich nicht Das ist Smalls auf dem Weg zur Arbeit gewesen Hä? Ja, ich warte auf dein GPS Also Sander auch Mit 7 Monaten wollte die nur noch stehen Und bin ich dann auch mit Sander Und jetzt auch mit Lauferschütten Luft Nein Bin ich mal davon abgehen Hallo Prominenz Hallo Prominenz Ich glaube Chucky sieht nicht gut hier Wie kommt? Ich habe gestern moralische Unterstützung hier Boah, sind das viele Leute hier Das war ja Ui! Besser, besser, ja das ist schon mal besser Jetzt mal warme Lippos und dann haben wir doch die 160